und ich lese wieder von michael goebel und zwar gefattert tot märchen apropotisch band 1 ist genehmigt copyright liegt bei michael goebel ist geschrieben nach dem märchen gefattert tot hier wird geschrieben während man normalerweise er schreibt nur damit da bescheid wissen so ich beginne heute ohne groß labern gefattert tot etwa einmal ein armer kerl hatte mal zwölf blagen und er musste jeden tag und nacht an der maloche hör mal dass er der blagens was zu futtern gehen konnte als nun das dreizehnte gehör das licht von der welt erblickte wusste sich in der not kein rat nicht hör mal er lief hinaus auf der große landstraße weiße und wollte den ersten der ihm begegnete zu gefatter bitten tun der erste der ihm aber begegnete hör mal warte gott der wusste aber schon was ihm auf dem herzen lach und sprach zudem gehör du arme socke hör mal ich will dich dein blach aus der tauffe heben will für et sorgen tun und glücklich auf der jahrt machen der seger sprach wer wissen du hör mal ich bin der liebe gott weiße der mach dich vom acker hör mal sprach der kerl du gibst et den reichen hör mal und der armen leutz läste verhungern das sprach der kerl weil er ja nicht wussten tat wie weißlich gott reichtum und armut verteilen tut also wendete er sich vom herrn ab und latschte weiter da trat der deibel an seine seite und sprach ähm alter was bist du am suchen willst du mich zu den paten deines blachs machen so will ich ihm gold in hülle und fülle von welke tun der kerl sprach her wer bist du denn ich bin der deibel weiße he 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 weiter. Da kam der dürrbeinige Tod um seine Pore piepen, auf ihn zugeschritten und sprach zudem, Nimm mich zum Gefatterheimer. Der Seger fragte ihm, Ker, wer bist du denn? Ja, ich bin der Tod, der alle gleich mache Tod, weißt du? Da sprach der Mann, du bist nicht der Rechte, du holst dich der Reichen und der Armen zugleich. Woll und weißt du was, du sollst mein Gefattersmann sein tun? Der Tod antwortete, ich will deine Blagen reich und berühmt machen, denn wer mich zum Kumpel hat, dem kann sie an nix fehlentun, weißt du? Der Mann sprach, Hör mal, liebe Gefatter, nächsten Sonntag ist Taufe, da stelle ich dich zur rechten Zeit ein, ne? Der Tod erschien wie versprochen und stand als ganz ordentlicher Gefatter da. Als der Döpke in die Jahre kam, trat zu einer Zeit der Pater ein und ließ ihn mitgehen. Er führte ihn hinaus in den Wald und zeigte ihm ein Kraut, was da wuchs und sprach zu dem, jetzt sollst du dein Patengeschenk empfangen, tun, ich mach dich zu den berühmten Quatsalver, weiße, so sprach der Tod. Wenn's willst, um zu nen kodrigen Patient gerufen wirst, so will ich dich jedes Mal erscheinen tun, he, 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 dich zum Kopf von nen Kranken, so ganze Kicks sprechen, du wollst ihm wieder gesund machen, und gibst ihn dann von ne Kraut, hier, so wird da genesen, steh ich aber zu den Flunken des Kodring, so ist er mein, sein, hör mal, und du musst sagen, alles, an Hilfe von ne ganze dreckige Welt kann kann dich nicht mehr retten, hör mal, aber hüte dich, da te dat Kraut nicht gegen mein Willen gebrauch, sonst kann er dich schlimm ergehen, voll, er dauerte nicht lang, da der Jüngling der berühmteste Arzt von der ganzen Welt wurde, hör mal, er brauchte nur den Kodring anzusehen und wusste, wie er um ihn steht, ob er wieder gesund wird, oder ob er ins Gras beißen müsse, so hieß von ihm, und von weit und breit kam der Leutz hör mal, holten ihm zu den Kranken und gaben ihm so viel Geld und Silber auf der Flosse, dass er bald nen echten Gräf Koks war, weiße. Nun truch es sich zu, dass der König erkrankte hör mal, der Quacksalber wurde gerufen und sollte sagen tun, ob und auf Kackstelzen kämen. Wie er aber an der Furzmolle von den König trat immer, so stand der Tod zu den Flunken des Königs und es war für ihn kein Kraut gewachsen. Wenn ich da mal den Tod überlisten könnt, dachte der Arzt, er wird mich das echt übel nehmen tun, aber da ich sein Pate bin, drückt er bestimmt ne Klüse zu, hör mal, ich will's mal warten. Er packte den kodrigen König beim Schopfe und legte ihn einfach so um, sodat der Gefattertod zu Koppe zu stehen kam. Oh, der ist gerade hier, das Bild flackert. Er packte den kodrigen König beim Schopfe und legte ihn einfach so um, sodat der Gefattertod zu Koppe zu stehen kam, ne? Dann gab er ihn vom Kraute ein und der König erholte sich und ward wieder völlig gesund, hör mal. Der Tod aber kam zum Quacksalber, machte nen fieses Gesicht, drohte mit Fingers und sagte, du hast mich für dumm verkauft, diesmal will ich dir nachsehen tun, weil mein Pate bist immer aber warst dich das nochmal so geht es dich an Kragen und ich nehm dich gleich mit fort voll bald danach fiel auch der Tochter von den König in ne mächtig schwere Krankheit se war das einzigste Blach er plärte Tag und Nacht hat ihm der Klüsen am erblinden taten und er ließ bekannt machen wer seine Tochter vom Tode retten täte wer seine Tochter vom Tode retten täte soll der Gemahl werden tun und die Krone erben der Quacksalber als er zur Profe des Kodring Mädchens kam erblickte die Vatter tot zu den Quanten des Mädels er hätte der Warnung seine Paten erinnern sollen aber der Schönheit von der Königstochter und das Glück der Gemahl zu werden war so geil weiße es betörte ihm so dass er alle Gedankens in seinen Gehirn Kasten in den Wind schluch er sah nicht dass der Tod ihm bräsige und zornige Blicke zu warf Seine Flosse in die Höhe hob und mit der Düren Faust drohte denn er hob die godrige Prinzessin auf und legte ihren Dez dahin wo vorher die Quanten gelegt hatten dann dann gerber ihr das Kraut zu mampfen und alsbald röteten sich ihre Beckskes wieder und das Leben rächte sich von neu Tage in grube da sah der Pate wie tausende und tausende Lichters in unübersehbaren Reihen brannten einige mächtig andere mitkrieg und wiederum andere winzig klein weiße jeden Augenblick erlischte welche und andere brannten wieder auf also da der Flämkes im beständigen Wechsel hin und her zu hüten schien sie sie das sind der Lebenslichter von der Leut weiße der mächtigen gehörnde blagens der mickrigende Ehe Leut in ihren besten Jahren und winzig klein den Ommas und Ommas doch auch der Blagen und jungen Leuts haben oft nur nen kleinet Licht über zeig mich mal mein Lebenslicht sprach der Quacksalber und meinte et wär dennoch recht mächtig da deutete der Tod auf unnet winzige Entchen das soeben auszugehen drohte Hämmer und sprach sieße da ist et ach kär mein lieber Pate sagte erschrocken der Quacksalber zünd mich mal nen Neuet an Hämmer tu's mir zuliebe damit ich der gemahl von den töften und schicken Königstochter werden und mein Leben genießen kann ich kann dat nicht so einfach machen tun Hämmer sprach der Tod erst muss et einet verloschen sein weiße et ein andret an brennt tot so setz ein altet auf ein neues dat et gleich fort brennt tut Hämmer wenn et zu Ende is kär bat der Pate der Tod stellte sich als ob er den Wunsch erfüllen wollte langte den frischen mächtig langen hin herbei aber weil er sich ja rächen wollte versah er et beim Umstecken absichtlich sodat ein Stücksken abfiel und et verlosch weiße alsbald sank der Quacksalber zu Erden und wurd nu selbst in ne Flosse det Tods geraten hör mal und solange noch ein Lichtchen brennt muss gefatter Tod immer noch eine Maloche wollen Glück auf das war gefatter Tod von Michael Göbel gelesen vom Robotologe Anne Brune ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns nächstes Mal bei Basuk ganz bekannt im Band 1 Märchen auf Robotisch zu lesen auf Robotisch das Grinsmärchen Hensken und Gretken bis nächste Woche Leute Glück bonne auch von Europos Hooded an an